Willkommen zurück zu Doom The Way Is Dead, Episode 4, Level 3. Ähm, ja. Das ist jetzt natürlich ein bisschen... Nein. Ja, hier kommt etwas her. Oh, ist das eine Sonne hier? Äh... Na doch, so kann man. So, hier kommt ein bisschen mehr. Gut. Zuuuua. So, okay. Ach komm, pack auf. Hier. Äh, nein. Äh... Alter. Diese Sonne. Ist auch noch einer. Na komm. Wie ziele ich denn? Junge. Na komm. Hier. Ja. Da ist noch eine Stimme. So, dann geht's nicht weiter. Die Frage ist, wo geht's weiter? Achso, geht's nicht hier. Ach, geht's ja noch weiter. Schau mal einer an. Spazier mal. Achso. Wow, jetzt sind wir wieder hier. So, mal wieder ein bisschen Leben einhaufen, den ganzen. So, was? Ich sehe einen Scheiß. Alter Schwede. Wow. Was? Was hat das geöffnet oder gemacht? Ah, okay. Oh my goodness. Ach du Scheiße. Wow. Was war ich mit dir? Nein, was war ich mit dir? Der F-Shirt geht einem aber auch auf den Sack, ey. So. Rüstung mal wieder weg. Wir haben keine Karte. Das ist bedauerlich. So, da kommen wir noch nicht hin. Äh, ich mach's zu. Ähm, geht's jetzt... Achso, hier waren wir ja bereits. Hä? Ach, das ist bedauerlich. Äh, okay. Das war also nicht der richtige Weg. Die Frage ist... Wo müssen wir denn dann, ey. Was? Achso, ja. Ich fände mich. Äh. Achso, nee. Man hör auch bereits. Ach, Gott. Ich fände mich. Ach, komm. Was sollen wir hier tun? Wir bräuchten wahrscheinlich erstmal die rote Karte. Oh ne, ich höre schon wie der Monster reinformt. Und wer ist so gespawnt? Vor allem, wo ist die rote Karte? Oh, ach, schau mal ja. Ah! Egal, du träumst, du träumst, du träumst ja erstmal. So, rote Karte. Ach so, die sind doch falsch. Ach so, feiner. Gleich. Äh, nicht so was. Hier kommt erstmal nur was ich mit. Hä? Ach so, die sind Raketen. So aus wie diese blauen Dinger. Hier diese, äh, Helf-Poche, äh, ja, also. Also, caht ist ein Windheim. Wie geht es denn wie die Windheim? Ah, maja? Eigentlich ist das Hier, mal ja. Im Moment ist die Wahrscheinlichkeit an der sich die Korrektion. Aber ich weiß ja, mach das. Äh, wow. Achso. 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 Was ist das rumteleportieren hier? Wir haben nur noch ein Fünftel am Gegner... oder der Gegner. Oh, hier ist ein Teleporter. Achso, hier ist keiner. Da hat es schön, hier sitzt überall ein Teleporter. Ne, jetzt muss der eine, okay. So, hier haben wir einen Knopf. Auch schon blaue Karte. Hier war es schon fast klar, was? Achso. So, mit ein bisschen Glück nehmen wir sogar noch ein bisschen Rüstung, dann war er natürlich klar, er war 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 natürlich klar. Ach, Mann ey. So. Speichern? Ja, doch, macht Sinn. Das macht tatsächlich Sinn. Gut. Ja. Das war es mit dem Level. In dem Sinne. SchaumTV.